Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt, diesmal Onimusha. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich möchte sagen, Onimusha war PS2-Zeit. Ich habe es damals gezockt und das wollen wir jetzt mal angucken. Wir haben nämlich hier die Remastered-Version. Ich nehme mit Kamera auf, weil ich nehme 4K auf, aber ohne. Ich werde es auch ungerendert hochladen bei YouTube, damit ihr das reine Gameplay-Material sehen könnt, ohne dass es doppelt, dreifach gerendert wird. Und da irgendwie kleine Qualitätsverluste sind. HDR weiß ich nicht, ob es hat. Ich habe HDR bei mir auch ausgeschalten, weil YouTube mit HDR nicht klarkommt. Ich habe da gesehen, wie jetzt die Begräufe geimpft ist. das? Ein Auge, ein Körper, ein Kopf! Ah, da ist er ja. Ich kann mich auch nicht mehr so, kann mir nur noch vage an Onimusha, dafür ist das einfach zu lange her. Ich weiß noch, das war irgendwas, wir müssen mit dem Samurai kämpfen, an den kann ich mich noch erinnern, an irgendwas mit Dämonen. An den Anfang kann ich mich auch nicht mehr richtig erinnern, ich kämpfe ja Mensch gegen Mensch, aber ich bin der Meinung, da war irgendwas mit Dämonen. Das hat sich jetzt aber ausgelacht. Finde gut. So sieht es schon ein bisschen besser aus, die Grafik. Wer war das? Das war seine Frau, ne seine Tochter, ne. Das war die Königin, die Prinzessin. Irgend so was war der Tochter, oder? Boah, ist das, das ist so viele Jahre her, ey. Ich will save Prinzessin Yuki. Ich hab jetzt mal nebenbei noch geguckt. Es war definitiv PS2 Zeit. Ich sehe die Cover vor mir und zwar erst Veröffentlichung 25. Januar 2001. Schöne Semenosuke, ich schreibe diese Lettere in der Hoffnung, dass ihr dies in Zeit zu helfen solltet. Was ist falsch in der inneren Bayama? Wir müssen uns jetzt nicht antun, wenn wir zocken wollen, Bayama. Wir müssen uns jetzt nicht antun, wenn wir zocken wollen, Bayama. Ich gehe nach Norden. Du folgst sie den anderen Weg. Ich verstehe. Das ist ja auch 18 Jahre her, dass ich das gezockt habe, ey. Jetzt kommen die Dämonen. Ich wusste doch, da war was mit Dämonen. Ja! Prinzessin Yuki. Ich habe nur Ihren Strahlknopf da. Ich hatte doch noch andere Sachen damals. Prinz Yuki, Dein Freundes. Vielleicht muss er die Fähigkeiten erst noch erlernen, er hatte doch auch Fähigkeiten damals. Oh. Semenosuke. Sieht er das von den Händen? Ich wusste, dass Sie kommen, um mich zu retten. Das gefällt mir nicht. Ich habe dir so viel, seit du mich verlassen hast. Die 2 hat ja nicht so viel Power wie die 3 und die 4, aber... Der Hintergrund sieht aus und Seiten so, als wenn das einfach nur ein Bild ist und das Computerfigur da reingestellt worden. Sieht er denn mit den Pflanzen und das alles? Ah, jetzt kommt der. Jetzt kommt der. Flee while you can, you worthless bug! Useless! Ah! 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 Pity for humans! Ah! 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 Prinzess! Spicy. Sieht er davon aus. Nein! Samenosuke. Semenosuke. Semenosuke! Wake up, Semenosuke. Was ist das? 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 Mit Ihren Kraft, Sie sind nicht zu schrauben, wir geben Ihnen unsere Kraft. Was ist das? Wir haben die Klan von Ogres, der sich durch die Klan verletzt hat. Das ist das. Und da drüben, aha. Semenoske, schau und schau ihre Seine zu Ihrer rechten Hand. Ach stimmt, da war ja noch mal... mit Seelen sammeln, genau. Was? Destroi alle Demons! Alles dem Morgen, okay? Nein. So, fortune has smiled upon me this day. The power of this gauntlet, I will destroy all of those monsters and save the princess! Hm. Okay. Greif das für Seelen. Seelenartenroter verbessern die Kraft. Element, schwarz, blau. Energie wieder her. Gelb stellt deine Gesundheit wieder her. Ah, okay. Gelb hält meine Gesundheit. Blau meine Oni Energie und rot verbessert die Kraft. Uni Angriff. Drücke Dreieck, um Uni Angriff zu attackieren. Wenn du eine Sphäre ausgerüstert hast. Also, da muss ich garantiert erst mal finden, oder? Mit jedem Uni Angriff wird weniger Uni Energie verbraucht. Okay. Verbesserung. Verbessere deine Sphäre. Später. Und, indem du absorbierst, rotosieren und stoppen. Also, rotosieren kann ich nutzen, um sie zu verbessern. Niemand verbessert. WP-zellig. WP-zellig. WP-zellig object. Oder wir machen nicht oder wir haben spätig! WP-zellig, sondern wir machen, wir machen los. WP-zellig. 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 Okay. Warum lässt er den Speer denn hier los? Aber jemand ist da! Ich werde ihn wieder holen! Öffne die Tür! Ich habe alle die Monster geschossen! Er hat... was sollen wir tun? Die Videos kannst du auch nicht unterbrechen. Ich verstehe. Die Videos kannst du auch nicht unterbrechen. Meine Energie geht schon runter. Die Videos kannst du auch nicht unterbrechen. Die Videos kannst du auch nicht unterbrechen. Das weiß ich ja, dass ich ohne die Macht ja ohne nichts gegen Dämonen ausrichten kann. Oh, die Kraft der Menschen unterdrückt gegen Menschen gegen Unterdrücken. Oh, das gehört mir bei Kaiju. Eine Spiegel. Oh, was ist denn hier? Ja. Aha. Alles klar. Übrigens drei. Also habe ich insgesamt drei Versuche. Wenn ich da drücke, geht das denke ich mal nach da. Oh, das ist mir schockiert. Ich habe nur das rot-gelbe da so ein bisschen gesehen. Ach du Scheiße. Rätsel. Scheiße. Nee, das hört mich. Oh, nee. 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 Tränen. die kraft der menschen unterdrückt mit dem insulin haben wir gar nichts wir haben nur menschen kreis, viereck, viereck mit streichen menschen unterdrückt 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 doch hier menschen unterdrückt viereck viereck falsch 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 ich hab's ich hab's der menschen unterdrückt mist der menschen unterdrückt mich die dämonen aber vielleicht komm ich da später noch dazu das die 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 Oh, 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 der ist auch unfett. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich komme ich damit, ich fahre, ich fahre. Ah, speichert. Trauer. Verschlossen. Akkordraben. Ich habe da Hilfsmittel. Wer nehme ich denn das Hilfsmittel? So nehme ich das Hilfsmittel. Mhm. Mach du Scheiße. Wie heißt das Objekt? Schaffen wir da unter uns ein bisschen. Ja. 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 Was ist die Prinzess? Humans are more tasty when angry, and I haven't eaten in a while. Come on, come on, come on, come on! How could I die? By the hand of a human! Be quiet, monster. It is time for you to go back to the underworld. Okay, let's go back to the world. I need more. Half a half hour, I'm going to go back to the world. Sweet, beautiful, lovely, the dripping blood, and what's this? Oh, a liver! What's that smell? Who's there? A human? How disappointing. Face me, demon! Who do you think you are talking to? I haven't seen one as foolish as you since that time, Nobunaga. Nobunaga? I operated on and resurrected that pitiful Nobunaga after he was killed in Okihazuma. He then made a pact with the demons and pledged his eternal loyalty to serve us forever as our slave. No! Oh, yes, it is indeed true. Now, let me show you my most recent creation. Go, Renato! Fight the belly of that maggot and feast upon his bloody flesh! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! What? Oh! 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 Yeah! I can't help you in this control. I can't help you in this control of yourpective. Oh, well, I'm not without you. Okay. 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 Mist. 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 ok das ist nicht punktet das ist wirklich aufladen stop let me go quiet what is going on here stop who are you and what do you want with that boy I should ask you the same thing you are not working for Saito clan are you wait can you be Semenosuke Akechi yes you are I cannot believe you are here of all places I am a servant of the Oda clan my name is Tokichiro Ginoshita this man will eventually conquer the world under the name Hideyoshi Toyotomi what is a servant of the Oda clan doing here wait first we must talk business tell me Semenosuke are you interested in serving our clan my lord nominaga Oda would welcome a great samurai like yourself I serve no one my life is mine and mine alone to command I will not give up yet we shall meet again ören Hehehehe, hehehehehehe! Hehehehe, hehehehe! Samanosuke, is there something you wanted to ask this young man? Do not be afraid. No! You want to hurt me like that other samurai did. That is not true. Please, tell me your name. I-I am Yumemaru. Yumemaru, you must tell me. What did that samurai want with you? Um, what should I know? Fine, then why are you here? Who brought you here? Go after him while I look for Princess Yuki. I will. Tis- Aaaaaahhhh! Tis- 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 Ah! Ich habe doch schon so ein blaues Ding gefunden. Ok, also die Sphäre muss ich steigern. Ah! Ah! Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt sind die Feuersphäre. Also nochmal. Reicht nicht aus. Scheiße. Also noch ein paar. Das war's für heute. Ja. 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 Guck mal ob jetzt ausreicht. Ja. 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 Ich verstehe. Ich verstehe. Und ich habe auch gehört, dass Prinzess Yuki ihn als wenn er seine eigenen Bruder war. Also, er hat seinen Weg in den Bruder zu retten, um Prinzess Yuki zu retten. Warum ist Tokuchiro nach Yumemaru? Es ist etwas passiert. Was? Samenoske, wir müssen einen Weg finden. Ja. Da wird er nicht. Ja, sollte er nicht. Meine Nebenseineke ist aber auch bald rum. Ich hätte wahrscheinlich unten zuerst machen müssen. Die Tür hat kein Schlüsselloch, es muss einen anderen Weg geben. Objekte. So. 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 do. So. ... ... ... ... ... Alles ist okay. Ach, zwei Leute sind nicht in der Lage. Jetzt kommt es gut. Hmm. Ich sehe dich doch. Ich sehe dich im Nase. Alles ok. Scheiße, ich wüsste jetzt echt nicht, wie ich weiterkommen soll. Zurück geht's nicht? Weil das Gitter geht nicht hoch? Die Türen sind verschlossen, die kommen hier nicht durch. Ist ja gut, Mauschen. Ich habe hier auch eine Rüstung aufgenommen. Ach so, hier haben wir sie doch. Ich bin jetzt echt überfragt. Ja, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Weil jetzt bin ich gerade überfragt. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte erst unten die Türen aufmachen müssen und unten weitermachen müssen, bevor ich hier hochgehe. Äh, ja. Bin ich auch schon wieder fast bei einer Stunde. Eigentlich kann man sagen bei einer Stunde. So lange wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber hat mich dann doch schon in den Bann gezogen, das Spiel. Ist halt wie gesagt, 18 Jahre her, dass ich das gespielt habe auf der PS2. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Wie gesagt, ich weiß auch nicht mit dem Hintergrund. Also, was um euch rum ist. Ob das damals auf der PS2 auch schon so aussah wie Bilder. Und dass der Charakter sich darin bewegt. Äh, ich bin der Meinung. Ist meine Meinung. Das sah schon so aus. Und der Charakter, der sieht jetzt ein bisschen fresher aus. Also wir haben so ein bisschen Kantenglättung und sowas verpasst. Und dass es ein bisschen frischer aussieht. Es hat mir damals schon ziemlich Spaß gemacht. Äh, doof ist halt wirklich mit diesem Untertitel. Dass man halt nicht, äh, deutsches Audio hat. Aber sonst macht es wirklich Spaß. Da müsst ihr für euch jetzt abwägen. Alte Grafik ein bisschen aufgefrischt. Ist das was für euch? Oder wollt ihr lieber Next-Gen Grafik oder beziehungsweise PS4 Grafik weiter nutzen? Ähm, dann wäre das natürlich nichts für euch. Es kommen ja noch ein paar Samurai Spiele raus. Dieses Jahr. Ja, aber wie gesagt, es macht wirklich Spaß. Ist schwer, aber es macht Spaß. Ich würd mich, äh, wie gesagt, wenn ihr jetzt sterbt, bevor ihr speichert, fangt ihr ganz von vorne an. Also ihr fangt, müsst ihr jetzt, dürft ihr, das weiß ich noch. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich hab nämlich damals auf der PS2 hab ich nicht an diesen Türmen gespeichert. Und dann bin ich bei diesem ersten großen, der gekommen ist, bin ich gestorben. Das weiß ich noch. Und dann muss ich das ganz von vorne anfangen, weil ich nicht gespeichert hab. Da gibt's halt auch keine Zwischenspeicherpunkte oder irgendwas dergleichen. Also, bis hier bekommst du und dann fängst du hier halt an oder so. Das gibt's halt nicht. Immer diese roten Laternen mit diesem Glitzerding drin. Da müsst ihr speichern. So, nichtsdestotrotz würde ich mich dann hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin haut da rein. Ahoi. Bis dann. Bis dann.